Von der Idee her, es soll an die Hauswand bei jedem normalen Einfamilienhaus oder nur bei Firmen oder wo soll es sein? Es gibt jetzt momentan diese Lösung für die Einfamilien-Doppelreihenhäuser. Diese kann montiert werden an der Hauswand, ganz normal verdübelt wie ein Briefkasten. Oder wir haben auch Kunden, die es gerne an den Gartenzahn montieren. Dazu haben wir jetzt auch ein Montageset für den Gartenzahn entwickelt.